Wenn Sie meinen, dass Sie hier mit Autolack und mit irgendwelchen Farben rumhantieren, dann sind Sie hier falsch. Ja, dann gehen Sie bitte zur Kunsthochschule. Aber komm, wie spät ist es? Halb elf. Ich muss jetzt echt dringend los, sonst sind die Augenlider von Frau Schmidt... Ja, Gott, noch mal. Das ist jetzt scheißegal. Ich brauche hier etwas Natürliches, Schönes und vor allem liebevoll. Ihnen gefällt meine Arbeit nicht? Nein, natürlich nicht. Kaufen Sie sich irgendwelche Puppen, fliegen Sie in den Amazonas und da können Sie dann irgendwelche... Ich habe Sie schon verstanden. Ich habe ja jetzt sonst nichts mehr. Nein, natürlich nicht. Und viel Erfolg bei den Mumien im Amazonas.